Schönen guten Tag, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Typisch wieder Regen, wir wollen draußen filmen, vor einer halben Stunde hat es noch nicht geregnet, aber gut. Suzuki B-King 1300er, also quasi die nackte Hayabusa. Bisschen anders, aber vom Grundprinzip richtig. Hat aber oben raus keine Leistung mehr und das werden wir uns jetzt anschauen. Ja, Fehlerbeschreibung, oben raus, dreht nicht richtig aus, Leistungsverlust, Stottern, also keine Annahme mehr, nix. Ja, hier fehlt auf jeden Fall schon mal was, aber gut. Das sind immer so die Sachen, die so nebenbei auffallen. Hier am Kupplungshebel ist normalerweise so eine Buchse drin, die den Stift betätigt. Und die fehlt, der Stift läuft jetzt da in dem Aluhebel, das ist nicht so besonders intelligent. Das werden wir jetzt mal kurz im Hinterkopf behalten und werden das dann bei Gelegenheit auch mal einbauen. Ja, was werden wir machen? Das Sinnvollste ist auf jeden Fall auf den Prüfstand zu gehen und einmal das Ganze abzufahren. Ich habe schon so meine Vermutung, das ist gerne genommen, Beaking, Hayabusa, obere Einspritzleiste zugesetzt, verharzt. Also das ab einer gewissen Drehzahl, wo die obere Einspritzreihe aktiv wird, einfach nicht mehr ausreichend Sprit liefert. Das werden wir jetzt testen. Wir werden zuallererst auch gleich mit einem Tank von uns oder mit dem Liqui Moly Jet Clean fahren. Den können wir ja auch fahren und werden das Ganze einmal prüfen. Sollte sie dann laufen, haben wir den Fehler wahrscheinlich schon gefunden, weil dann ist es der Serientank. Den haben wir auch da, können wir direkt dann in dem Zuge gegen kontrollieren. Okay, wir warten jetzt ganz kurz, bis der Prüfstand gleich frei ist und dann schieben wir sie einmal rauf und da ist es auch trocken. So. Ja. Was soll ich sagen? Doch kein Prüfstand, was? Nee, doch kein Prüfstand. Ich habe jetzt mal den Auftrag gelesen, sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen, das häufiger zu tun. Ich habe da ein bisschen die Fahrzeuge verwechselt. Also, die Beaking läuft im Leerlauf nicht richtig. Deswegen lassen wir sie jetzt mal im Leerlauf laufen. Vielleicht lassen wir sie auch nicht im Leerlauf laufen. Passt hier der Anschluss nicht? Nee, stimmt ja gar nicht, der passt ja gar nicht. Oh, Trottel. Verdammt. So. Siehst du, jetzt haben wir es. Ach so, ja. Das ist Montagmorgen, ne? Eins nach dem anderen. Erstmal brauchen wir die Antenne von der Wegfahrsperre, sonst wäre das hier nämlich nichts. So, nun aber. Kilometerlaufleistung 23.788. Ah, ich wollte gerade sagen, eigentlich läuft sie doch gar nicht so schlecht, aber jetzt fängt sie so ein bisschen an. Wir lassen sie mal im Moment warm laufen und gucken mal. Ja, jetzt fängt sie an, so ein bisschen. Spannend, ne? Jetzt sind es noch drei Zylinder. Zwischendurch sind es wieder vier. Ja, drei Zylinder. Das ist der vierte läuft nicht richtig mit. Wir wissen jetzt schon mal, welcher nicht richtig mitläuft und wann es auftritt und wie sie es macht. Also kalt, kalt macht sie es nicht, warm macht sie es ganz doll. Das ist schön, dann wissen wir, wie wir es reproduzieren können. So, dann werden wir mal die Airbox ausbauen und an eine Zündung schauen. Tja, jetzt sind wir davon ausgegangen, dass er Leistungsverlust oben raus hat. Und haben ihm jetzt schon schmalere Reifen verkauft, ne? Damit die Leistung nicht von dem breiten Hinterrad aufgefressen wird. Sollen wir mal schauen, ne? Eine neue Zündspule, der Zylinder lief hier sporadisch überhaupt nicht mit. Die tauschen wir jetzt fix durch. Und dann, und dann, und dann, und dann, werden wir jetzt fix schauen. Also die Zündkerze machen wir dann trotzdem neu. Weil das nicht so schön, eine nicht mitgelaufen ist. So, den Dings brauchen wir wieder hier. Die Antenne. Antenne. So. Antenne hier ran. Jetzt haben wir keine Wegfasswerte. Gut, ja? Absauge. Erstmal vier. Letztes Mal waren beim ersten Kaltstart auch vier, ne? Okay, dann müssen wir sie halt ein bisschen warmlaufen lassen jetzt. Fängt dann an wieder. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist der vierte, das ist nach wie vor der vierte. Gut, dann werden wir jetzt die Spulen einmal wieder zurücktauschen und dann einmal die Kerze durchtauschen. Gucken wir mir den einfachen Sachen an, weil so sporadisch, das könnte nach wie vor ein Kraftstoffproblem sein, aber die kann dann erstmal wieder auf Lorgier. Dann wollen wir die Kerzen noch mal tauschen. So, wie sieht so eine Kerze aus? Wie eine Kerze, würde ich sagen. So mittelmäßig, wie eine komische Farbe da. So, wir lassen sie jetzt mal ein paar Minuten abkühlen, weil der Kopf jetzt doch relativ heiß ist und bauen dann erstmal nur die eine hier um. Bei 24 sind sie sowieso dran, ich meine, so alt sieht sie noch nicht aus. Mag sein, dass sie neu gekommen sind. Schauen wir uns mal an. Gut, kurz abkühlen lassen, machen wir es gleich. Einigermaßen abgekühlt jetzt. Drehen wir mal eben die neue da rein. So. Und das Ganze nochmal von vorne. Das ist schlecht. Immer noch. Das hat leider auch keine Verbesserung gebracht. Natürlich jetzt nicht, dass die Spule und die Kerze kaputt sind, jetzt die andere Spule nochmal testen. Aber das ist irgendwie alles schwierig. Ja, schwierig. Gut. Dann werden wir uns jetzt mal der Kraftstoffgeschichte widmen. Die Zündung scheint es nicht zu sein. Ich schwören kann, dass das Zündung ist. Gut. Morgen einmal Liqui Moly Jet Clean. Gucken, ob wir die Einspritzung irgendwie, da das Einspritzventil vielleicht ein bisschen zugesetzt ist. Ob ihr zu wenig Sprit kriegt, schauen wir uns morgen an. Das sieht doch schon alles ganz hervorragend aus. Gucke. So. Ist das immer so ein bisschen dahin? Na, dann mal los, ne? Ist aber wieder filigran hier, ne? Mit der Wegfahrsperre, ey. Wirklich. So. Jet Clean die erste. Erstmal läuft sie gut. Da sie einmal richtig warm wird, ne? Vorher ging es ja kalt auf. Sieht mal gut aus. Aber sie hört sich ja jetzt auch gut an. Bis jetzt ist super. So. Alle. Guck mal. Guck mal. Wie ist denn nachfüllen? Also. Bis jetzt. Am Anfang hat sie ein bisschen gegustet. Gut. Das dauert auch einen Moment. Bis das alles an alten Sprit da raus ist. Aber jetzt läuft sie super. Alle vier. Alles toll. Lassen sie jetzt trotzdem nochmal ein bisschen da durchlaufen. Nicht, dass wir dann den Tank anschließen und dann ist er gleich wieder. Vielleicht ist auch der Sprit alt. Ja. Aber das ist schon richtig top. Weil sie ist jetzt schon warm. Ich dachte im ersten Moment, das wäre der Lüfter. Ist aber auch durstig. Alter. Ist echt, wenn das so ein bisschen daneben hängt, schmeckt sie nicht an. Das ist echt krass. Muss genau, genau mittig da drüber sein. Jetzt ist der Lüfter an. Ja, sehr schön. Da hat uns unser Liqui Moly Jet Clean auf jeden Fall eine Menge Arbeit erspart. Weil ansonsten hätten wir hier die ganze Einspritzung ausbauen müssen. Und händisch im Ultraschall reinigen müssen. Jedes Ventil und so weiter. Die Schrauben gehen auch gerne dann kaputt, wenn man sie rausdreht und so weiter. Sie läuft soweit wieder. Wir werden das Ganze jetzt trotzdem nochmal überprüfen. Dass auch nicht die obere Einspritzung vielleicht auch noch zugesetzt ist. Deswegen fahren wir sie jetzt nochmal auf den Prüfstand und werden da nochmal eine Leistungsmessung fahren. Dass wir dann auch da sicher gehen, dass sie läuft. Das Ganze werden mir spaßeshalber dann auch mit dem Originaltank wieder machen, um sicher zu gehen, dass sie damit dann auch jetzt richtig läuft. Und dann sind wir damit durch. Ja, zwischenzeitlich waren wir fast am Verzweifeln. Deswegen haben wir dem Kunden wegen Leistungsprobleme, er hat ja ein 200er Hinterrad, haben wir ihm schon ein schmaleres Hinterrad empfohlen. Weil schmaleres Hinterrad, weniger Auflage, Fläche und so weiter. Ja, haben wir ihm jetzt einen schönen Bridgestone S22 Satz in 190er Hinterrad verkauft. Den werden wir jetzt trotzdem aufbauen. Das seht ihr dann aber im nächsten Video. Das ist natürlich nur Spaß gewesen. Der Kunde wollte den Reifen so oder so. Für den Prüfstand lassen wir jetzt noch den alten drauf und danach werden wir uns um die Reifen kümmern. Was es da an Feinheiten gibt und was sehr, sehr gut von Bridgestone gelöst ist, das seht ihr dann im nächsten Video. Also, erstmal noch Prüfstand und dann schauen wir da nochmal. Die Bichse. Das ist die Bichse. Eine Bichse. Das ist die, die ich meinte. Die gehört hier in den Hebel. Und dass der da auch vernünftig den Stift werttätigt. Die bauen wir natürlich noch ein, bevor wir jetzt fahren. Und dann geht's auf den Prüfstand. So. Einmal. So, hier sehen wir auch schon. Da hat schön eine Pin hier in den Hebel reingearbeitet. Das ist natürlich nicht so gaul. Long life. Für ein langes Leben des Kupplungshebels. Dann ist die eine Bichse vorne drin, dann wird die andere Bichse vergessen. Na ja. Dann kann ich allzu viel erwarten. Gut, jetzt können wir fahren. Ab auf den Prüfstand. So. So. Du bist schon wieder drauf, ne? Jetzt erst. Ja. 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 Ja, also. Gute. Satt. Satt steht sie da. 111. Ja. Ich stehe gleich nicht mehr da. Bauten auf sie so eine Schlaufe. Deswegen. Ich habe gesagt, lass uns Feierabend machen. Nein. Wir müssen das jetzt noch machen. Das Outro. Wir machen jetzt hier schnell das Outro. 161 PS am Hinterrad. Das ist sehr, sehr gut. 135 Newtonmeter. 130 irgendwie. Auf jeden Fall volle Leistung. Kein ruppeln. Läuft auf allen Vieren. So wie sie soll. Alles toll. Alles schick. Die Teile hier vom Tank haben wir nicht. Habe ich erfahren, nachdem ich sie eine halbe Stunde gesucht habe. Die hat der Kunde nicht mitgebracht. Gut. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die Reifen zu machen. Wieso? Weshalb? Warum? Und was es da Geiles gibt von Bridgestone. Das seht ihr im nächsten Video. In dem Sinne. Ich mache jetzt Feierabend. Ich hoffe ihr auch. In dem Sinne dann einen schönen Feierabend. Abonniert gerne den Kanal. Folgt uns auch auf Instagram. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.